ich schwenke mal den server so wir warten bitte warten sie habe ich am wochenende auch gemacht habe ich auch die leine gehalten was hast du gehalten deine leine ja please hold the line bitte halten sie die leine mann heute dauert es wieder so hallo und ein herzlich willkommen hier auf meinem kundel wir fahren heute auf der eu roadnet wechselbrücke wie man schwer erkennen kann und ich begrüße das meine katze ist da holger ist da meiner ist da katze ist da patrick und der rick und der wolf der ist aber hier schon auf dem server wie man recht schwer kennen kann da genau hallo erstmal und zu hause am empfangspolzen natürlich hallo schönen guten abend moin ihr wurdet ja alle erwähnt ich muss hallo sagen hä ich habe doch deinen namen gesagt mensch bist du sicher na klar ich habe nicht gehört musst zurückspulen so das mache ich auch weißt du oh scheiße da waren sie wieder diese drei probleme gut äh wir fahren heute auf der map 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 eu denn wir wollen ja heute noch ein bisschen hier in den osten fahren also das was ja hier quasi auf der auf der map neu kommt oder es heißt neu also neue städte wir fahren heute gleich mal nach forst in den lausitz und versuchen uns dann hier im osten zu begeben oder weiter zu fahren und eventuell dann hier nach rottensee und dann hier brocken vielleicht noch hier noch ein brocken abzuladen mal sehen was da noch so farse ist was wir da noch hinkriegen aber das ist so unser ziel heute abend so ich habe noch ein platz ist frei auf dem server also müsst ihr schon ein paar eingeben was da ja wer lust und laune hat darf gern mitfahren so start mal let's go und wie gesagt heute ist ja der letzte live stream bevor ich jetzt morgen in den urlaub düse und dann am kommenden sonntag 31 nicht vergessen haben wir großes oster special event gedöhnt da fahren wir dann hier im scs konvoi und verlosen paar steam gutscheinkarten meine damen und herren dort ist vergessen wir haben schon im topf ich muss mir noch was besorgen das muss ich jetzt irgendwie unterwegs machen weil ich habe jetzt heute noch gearbeitet und habe keine zeit gehabt und er muss dann auch was besorgen aber der wolf hat schon gespendet das ja auch und er hat schon 20 euro gespendet also 20 euro steam gutschein karte steht schon mal im raum dann der kai meine ich hat schon was organisiert wenn ich mich nicht irre ich wollte gerade sagen und da habe ich doch gesagt genau er kann etwas organisiert und ich muss noch genau das muss ich gucken dass ich das irgendwie die tage kriegt weil ich komme damals zurück aber ich weiß noch nicht wann und wie und wo und ich muss mal gucken ich mir das organisieren ich darf es nicht vergessen bei mir sind nette aldi damen bei mir sind nicht so die netten aldi damen weil ich habe gar zumindest die eine die habe ich da ein bisschen geschimpft da war die da war die grüßte nordic cargo soll ich sagen martin ist das neue grün und jetzt grün martin moin und micha moin und david moin und alle 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 hallo zu heißen so wir starten weiter genau also das nicht vergessen sonntag da fahren wir dann hier in kurde wo ich ganz wichtig wäre ihr könnt natürlich acht leute können mitfahren logisch und die die zuhören haben wir dann die möglichkeit zu gewinnen auch die mitfahren können natürlich auch gewinnen aber aber alle die dann hier im discord sind ganz wichtig muss ich noch mal wählen sind vom gewinnspiel ausgeschlossen ganz wichtig also wenn automatisch automatisch die konstellation wenn wir so jetzt fahren würden ihr könntet da nicht mitmachen bei dieser beim gewinnsspiel also wenn ihr könnt mitfahren wenn ihr wollt ihr könnt dann auch gewinnen überhaupt kein ding aber dann dürfte hier nicht im discord sein aufgrund der übertragung weil ihr das jetzt hört und die leute zu hause am empfangspolzen hört es ungefähr zehn zwölf sekunden später und dann ist es halt unfair weil ihr dann vorsprung habt ganz wichtig zu erwähnen gut können dann aber selber entscheiden ob ihr mitmachen wollt hier im discord einfach so just for fun oder halt dann mitfahren und dann halt die möglichkeit zu gewinnen genau so genau 2015 am sonntag oster special ist es kommt weil mit darf xt übrigens mal volle möhre volle socke fahren wir dann so grüß steht schon bereit bei mir in der garage herrlich also das habe ich mir bei mir auch bei david steht stadt stand da auch und aufgemotzt mit keine ahnung und die ist aber die wird es aber auch technisch leider raus was ist das acht stück dem ding ist am arsch weiß man schon was kaputt ist oder wahrscheinlich die grafikkarte ist es sicher 40 60 40 60 im angebot grad überall stimmt ja richtig was heißt das heißt im angebot zwischen 4 und 500 euro ist aber schnappern du ja die ich echt ganz voll günstig das ist also mein herrn wer 4500 ocken übrig hat der kann sich da gerne mal eindecken mit der 40 60 die wird ist doch hier mit dem schädler nämlich oder ich glaube ich habe noch nicht gesehen jeder ist nicht da ich habe noch nicht gesehen glaube ich falls er noch kommt kann man ja noch mal darauf hinweisen weiter 4 500 tacken über hat oder so ich wollte mich auch noch erweitern aber ich habe gesagt nee erstmal noch nicht ich baue jetzt diesen 3d drucker ich will in farbe und drucken und noch noch mehr und noch mehr leds und ganz viel lampen und leuchten muss es wie weihnachtsbaum hier aber genau so richtig gut dann gibt es noch was neues ich habe ich bin heute jeder kennt oder viele kennen wahrscheinlich tobi gaming oder immer schwer davon aus dass hier diese kamera links bums wurde hier dann so koppel und so dass ein träger genau richtig tut genau tobi gaming tracker wo ist der tracker und da gibt es jetzt was neues mein damal ja das kommt an irgendwann april kommt es raus ganz was neues damit ein neues system irgendwas neues und ich stehe gerade in verhandlungen mit tobi gaming die habe ich schon angeschrieben ob ich da bock habe das vorzustellen zwischen 8 april und 21 april werde ich das dann mal vorstellen wenn es zusammenkommen und dann werde ich euch das präsentieren was ist dann genau davon tobi 8 gibt gibt auf alle für ein neues system was besser sein soll noch cooler und noch geiler und ja keine ahnung ja das schon mal vorweg kann man schon mal hier kräftig die info trommel drehen hier genauso wie er es oft habe ja schon erwähnt dieses link hat was er es oft hat dieses große link hat das kommt dann irgendwann im juni per post muss ich auch noch vorstellen und dann natürlich mozart chuck wheel dingsbums kommt dann auch irgendwann mal noch aber da auch noch aufgrund von lieferschwierigkeiten gut so der chris schreibt gerade kann ich kenne da kenne die 40 70 zu verkaufen für drei attacken aber das ist aber auch nicht schlecht 40 70 zum auch guter preis du musst ja fast schon ein bruder anrufen wenig gebraucht das ist schon ein guter preis ja aber ich kann jetzt nicht einfach sagen ja nehme ich bin wenn er sagt nicht so da ist muss wenn er dann guter machen aber die aber der preis ist gut der preis ist heiß für 300 attacken gibt es nicht jeder gibt nicht dann hat fox moin genau vielleicht findet sie nur also falls jemand eine grafikkarte braucht die video geforce rtx 40 70 für 300 tacken beim chris kann das sich gerne melden haben wir schon mal gemacht so die richtung mit pc und so wäre interesse hat dann kann er hier kann er gerne dann dort sich melden hier im live chat kommen wir dann auch gern wieder über meine e-mail adresse macht die kontakt und so dann dann ja stimmt wir haben mal ein pc vermittelt genau wir haben pc vermittelt hier über über live stream kann man ja machen also wenn jemand mit zu hause darf es gerne mal rein posten da kommen hier so eine virtuelle ja ich hätte es was gesagt kleiner zeigen börse machen hier im leistung gerade was so pc kippen betrifft also nur ein bildschirm hat oder weiß ich nicht irgendwas was er nicht mehr braucht dann einfach hier gerne posten genau ich habe übrigens mein dänisch den dänisch blühsteppich schon verhökert also braucht keiner mehr anfragen der ist schon weg haben sie mir gnadenlos aus der hand gerissen war das aber das nachdem hast du ja ja ich habe mein teil raus und das aber noch riesen teil übrig geblieben und den brauche ich nicht mehr warum soll ich den liegen lassen andere andere sagen dazu läufer andere sagen dazu denn ich sprüche läufer ja die kannst du halt die kannst du halt auseinander schnüppeln und kannst irgendwas bekleben oder weiß ich nicht immer was man da gerne macht muss man aber auch mögen muss man mögen ich finde es geil mir gefällt es vor allen dingen wenn es dann hier auf dem tisch so da ich habe oben schon hier mein schrank also meine mein brettchen schon besucht damit jetzt warte ich noch bis mit dem lenkrad kommt weil ich will hier nicht alles einmal bauen da muss ich kabel equipment machen noch hier kabel verstecken den ganzen schmutter und halt dann damit hier das alles verlegt und dann kommt der michelin männchen alles leuchtet und funkelt und hast dich gesehen aber das dauert jetzt alles noch beschrieben so blub 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 so jetzt kommen wir schon hier bei der lausitz hier beim forst lausitz was die du bist gut ist glaube ich irgendwo noch feuerwehr branden ist was für kai irgendwo war hier noch mal was ja ja sonst gucken ja eigentlich auch ja richtig ja war noch was vielleicht ich kann man gleich mit der flycam gucken gehen so jetzt heißt es mal rückgült seine rampe schieben hier oder das null platz also die ersten vegetationsflächen brände etc hatten wir alle schon also diese saison läuft ja es regnet doch recht aber es hat auch geregnet oder nicht und nicht scheiße ich hasse es zwischen trailer einpacken jetzt bin ich doch falsch reingefahren ich habe nicht gewusst dass sie sind so hässliche trailer stehen scheiß also ich ich warte mich jetzt mal hier ich versuche mich mal jetzt hier langsam rein zu zwiebeln du siehst nämlich von der seite echten scheiß okay ich muss noch eine runde fahren macht null sinn ich muss noch mal eine runde drehen vorne umdrehen und dann reinfahren ich muss noch mal einen fetten wendler machen ich weiß von der seite kann ich nicht das geht nicht da krieg ich nicht gepackt hier ich habe damit gewährst noch eine jahre ich habe gesagt man kann es in zwei raten zahlen also man kann die grafikkarte in zwei raten zahlen und eineinhalb jahre ist noch gewährleistung ab meine damen meine herren also wer grafikkarte braucht dann hier ne standard fox danke jetzt weiß ich schon recht nicht mehr was ich machen wer findet uns folgt nicht rolli er findet den server nicht noch mal aktualisieren noch mal raus gehen noch mal reingehen das vielleicht noch mal die richtung testen hast du schon fertig oder was ja der musste da am rand machen ich muss hier zwischen die trailer rein und er kriegt wieder hier okay nur weil du nur weil du hier husten hast hier aber was mit der schwelle was mit dem hier der kind husten muss ich auch ein das war wieder so klar die profis westerkriegen ja wieder kindergarten und ich muss mich hier wieder irgendwo wieder spitzehnkräfte hier im werke wieder spitze mäßiges entertainment hier geben uns mühe für die jungs die schon entladen haben die könnt ihr schon mal gucken aber von hier aus eine fracht kriegt dorthin wo wir noch nicht waren also die städte die quasi auf der eu karte nicht dabei ist wenn er was findet egal ob es im harz ist oder dann unten da hier bei bei kurz vor der tscheche kann doch mal gucken ob er was findet ich hätte was nach löbau ja passt kannst du annehmen wenn wir dann hier in drei stunden fertig sind dann können wir dann kommen wir dazu also quasi wenn ihr schon feierabend ist das ist hier zum laden aber das ist aber perfekte da müssen wir jetzt hier nicht rumrumpeln einwand freie disco da hätte ich kannst du mal sehen das liegt halt einfach nur die karte ja ihr seid hat einfach schon da kann man nur sagen da kann man nur sagen hier lernt ist hier lernt in genau frage was habt ihr denn eine höhe page ja mehr oder weniger aber die wurde schon ewig nicht mehr aktualisiert und also ein kleiner fehler in der webadresse passiert da steht nicht nur er geschrieben ich wollte gerade sagen da steht nicht nordic sondern also ihr habt ihr vergessen da steht als kack oder was da steht cargo ohne er da sag ich doch kacko ja und wir bräuchten wir müssen denjenigen anhauen der damals die webseite erstellt hat dass der uns mal irgendwie das passwort fürstück glaube patrick hat die zugangsdaten dazu so dass er es mal abeinander hat aber ihr habt ihr schon wieder neue fahrer bekommen oder ja ja ich über euch läuft es ne wieder sieben waren das nicht gern ewig nicht mag das jetzt ich hab da letztes mal wieder geguckt da stimmt eigentlich so ganz quasi alles nicht mehr der scheiße du musst auf alle fälle mal dran weil ihr habt ihr seid ja nur am wachsen das ist ja wahnsinnig das ist auch ein interessantes team was dahinter steckt ja da muss ich ehrlich sagen dazu da ist ja da müssen wir langsam aber provisionen erheben hier so also war mit der werbung ich mach doch keine werbung die machen doch selber werbung ich schreibe ich schreibe doch selber mal rein hier gute fahrt und so bei jedem leisten sollten rein egal ob die werbung ja das ist ja schon schon gesehen schon gesehen ja aber läuft doch das war ich mal hier falschen haus ist ja schon scheiße weil ich ja mal ein durch kann der jetzt ja langsamer bin laden ich kann schnell hier die fracht aufnehmen hier löper so was schreibt da welchen dc braucht man für den mod standard fuchs also mit dem mod du brauchst es wird body add-on von sebastian da sind einmal dass wir die dann die büchsen also die brücke und dann noch irgendwie laffette also der trailer drei stück sind sie das ist der stück einer saal und ja und heute eu roadnet map 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 falls du noch mitfahren willst die haben auch noch ist eine datei aus dem sds forum genau wer meint er welche dlc man braucht um die mod spielen zu können also was ich will dies erbar ist halt das grönen dlc und würde europäische genau richtig genau du brauchst eigentlich mittlerweile schon fast alles das ist schon das macht mal die augen zu macht ich war was habe ich ich habe gerade ich verbindung ist ganz schlecht kann man mal machen aber ich habe ich habe heute mein letzter arbeit zu urlaub ich darf das wir fahren jetzt erst mal wir wollten jetzt erst mal nach ulm fahren und in ulm gibt es ein riesengroßes relativ großes freizeitbad keine ahnung so bevor ich jetzt hier in den discord reingekommen ist hat meine frau gesagt hat das rufe katastrophe kaputt morgen katastrophe ist das an erstens sind ferien zweitens hallenbad überfüllt bei ferien drittens wasser arsch kalt habe ich gelesen in den bewertungen und wenn meine frau ins heimbad oder eine therme oder sonst wasser hat 30 grad dann dreht sich um und geht das ist ein problem ist da die braucht das warm ist wasser ja da muss dampfen und so in der richtung habe ich gesagt ja genau jetzt ist es auf der couch und in baden württemberg werden alle thermen und freizeitbäder durchgekloppt wenn ihr übrigens ein gutes freizeitbad kennt in baden württemberg was warm ist was ein bisschen was zu bieten hat dann dürft ihr es gerne kommentieren dann kann ich an meiner eule mal vorschreiben ich muss sagen von von wolf den skin finde ich geil wolf dein skin ist genial hier ach das rote hier mit dem blauen so ne hinten was steht da drauf na konvoi ein skin ist genial von kai matchbox oder was ja matchbox endlich ach so ja die matchbox ist halt hier in dem ding drin in dem herrn der firma matchbox aber obergeil oder mann kai vielen dank für die so auf geht's let's 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 rocken ich weiß gar nicht wie viel matchbox ich früher hatte was an die 100 waren es bestimmt ja ich habe auch ein paar gehabt aber dafür wer wer das noch kennt diese ich verkennt ihr die noch diese riesengroßen chips packungen als als ich weiß gar nicht waren gefühlt 10.000 kilo chips sind in seiner pappbox rund gab es zur fußball dingsbums damals 90 das kennt und die war bei mir brechen voll aber nur mit lkws ich hatte ja damals nur lkw ist immer ganz ich habe mein weil ich hatte ja ein spielteppich mit straßen so kennt jeder bestimmt ich habe das ich habe den teppich umgedreht und auf der rückseite war gummierung drauf und habe ich tatsächlich mit mit buntstiften hatte ich mir damals eine autobahn drauf gemalt geil und dann bin ich quasi auf dieser gummi autobahn bin ich mir mein ganzes elke mich gefahren aber stau gebaut und dann ging es erst mal ab hier den ganzen tag wurde nur stau gespielt und autos und matchbox und mama ich brauche noch mehr matchbox auto ich habe ja nicht der stau ist noch nicht voll und wieso drehst du den teppich oben wieso schmierst du die teppich voll sagt was kauf ich den spielteppich wenn es nur umdrehst hätte ich nur gummi hatte kaufen mein bruder hatte ja von von matchbox diese diese straßen die man zusammenstecken konnte da gab es waschanlagen da gab es sämtliches was ist die polizeistation feuerwehr krankenwagen parkhäuser hat da gab es ja alles gerne und mein bruder bei meinem bruder hatte ja eine riesen stadt so matchbox hat man ja zu genüge erwartet der euroführer das ist schon bei euch los davon als ob es rande entschuldigung haben wir es aber ich muss mal oder mal ich muss meine frau schnell schreiben beschreibt mir hier therme therme sind bade paradies schwarzwald bade paradies was gleich werde ich genau er kriegt dann genau diese pappton richtig so packton und da waren ganz viele tipps der war ja 90er war das hat sich das gibt es schon gar nicht mehr tatsächlich das war richtig große kürbel aber nur tipps drin extra zur fußballweltmeisterschaft ab 1990 war ich war damals sich und dadurch die ich auch die brauche ich habe gesagt dass meine ganzen wo das dann losging mit die mit die bier lkws ich hatte dann daher auch so viele bier lkws ja ja ich dann alle verschenkt weil ein feuerkamerad er wollte sich ein party keller machen und da hat danach biert schrack sie fragt ich sage du ich glaube ich habe 100 150 stück ich glaube das waren dann herr noch ein paar mehr so gut so zu sagen ich sage hier hast du nimm alles ich sage bitte also ich mache es immer so momentan bei kleiner zeigen gucke ich mal weil ich habe ja noch ein bisschen platz habe ich gucke mir dann immer die modelle an hier danke herpa herpa ist klar und awm awm das sind meine beiden marken die ich einfach geil finde die ich richtig cool finde weil ich finde awm nimmt sich zu herpa finde ich nicht viel also von der qualität her und so wie die aussehen die haben dann auch richtig ich habe diesen gleich auf ich habe hier genau das gleich auf die zwei marken und da und da kriegst du immer ganz viel wenn du bei ebay kleiner zeigen ich habe da mal schnapper gemacht da habe ich richtig geile original verpackte unbespielt und alles für den 10er gekriegt den ganzen lkw ich habe gleich zugegriffen wie bekloppt hat sie wie schnell wärst du ich habe erst mal 80 eingeloggt aber ich muss noch ein bisschen hier ausweiten da sind noch awm special dinge dabei und so und da gucke ich immer welchen schnapper sehe dann wird immer kräftig eingekauft für den 10er oder gleich zwei drei stück kannst du jetzt noch ein bisschen handeln wenn sie es ja wie gesagt ich hatte von von hermann hatte ich zwei schwer laster einmal in grün mit badmann was das ist für eine firma kübel 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 irgendwie sowas und dennoch eine blaue irgendwas mit mit dunkelblau aber die firma wie sie nicht mehr die riesen schwer laster jetzt habe ich mittlerweile umgesattelt die man so schön sagt jetzt habe ich nur noch herpa mit blaulicht ich habe meine ganzen biertrags und meine ganzen anderen herpa alles weggegeben alles jetzt habe ich hier eine armee von feuerwehrfahrzeugen ich mag das auch wenn ihr ganz viel lkw rumstehen und so alles teilweise blinkt und leuchtet noch alles ja mega ich finde es einfach mega geiler micro lager ob es bei euch von das muss jetzt gleich mal links fahren hier ich habe da schatten gesehen sorry alles gut ich hatte ich war noch ziemlich weit weg und hier habt ihr dann auch ab und zu mal wenn da so einen schatten also wie wenn da einer steht aber gar nicht steht oder eigentlich nicht nicht schatten brauchst du brauchst du brauchst du brauchst die brille siehst du haben wir doch den fehler erkannt er trägt eine brille aber sie ist dreckig deswegen sieht er die schatten da steht ein schild ziemlich da steht 70 schild auf dem abiger streifen das war ja süß sehr schön ach ich sehe schon jawohl erst mal eine pflaster abfahrt hier mike danke für die info aber rulantika ist raus das ist das ist zu viel tohu wabu oh ja lieber mann ja da ist richtig richtig action aber wenn sie wenn sie das nicht ich finde ich das tauschen schild oh ja achten sie ist auch sds software hat ja hier und da jetzt nun auch im westbalkan sehr viele straßen mit drinne wenn die das dann noch umsetzen wenn du darüber fährst erst mal die geräuschkulisse zweitens dieses dieses rütteln vibrieren hast du nicht gesehen ja wieso halt so eine pflasterstraße ist wenn die das dann noch mit reinbringen würden das wäre cool es ist auch richtig feiern ist richtig was das denn hier und das ist cool ist kriegsmaterial vor allen dingen man hat ja hier auf der autobahn wenn man es wenn man gerade gefahren sind ich weiß nicht was mitgekriegt hat weil so dass du jetzt hier diese ja so sagt man da ausbesserung streifen hattest zuschlagen ja schlagflöcher waren es ja nicht aber es waren direkt auf der straße konnte man diese schwarze streifen sehen und drüber gefahren bis war da physik hinterlegt und das finde ich richtig geil ja das stimmt und für die leute die aus dem östen können da kann ich kipp dir gleich fräulein ich dachte ich dachte die russen sind in polen apropos habt ihr das habt ihr das mitgekriegt mit dem mit dem marsflugkörper mit was sind der polnischen luftraum gekreutzt hat 40 sekunden lang und 40 sekunden sind verdammt lange zeit rolle ja rolle ja rolle ja ich habe die letzten tage am besten keine nachrichten gucken du lebst wie ein freier mensch es ist kein scheiß einfach mal ohren und augen zu was das betrifft weil da kriegst du echt ne meise das ist wirklich so das ist weil du immer momentan nur die gleichen themen ja das ist ja das problem ja richtig du hörst nichts mehr anderes du hörst nur krieg oder ja und das geht schon ganz gut oder britisches königshaus ja genau richtige informationen richtig ja es wirklich schlimm ist irgendwie keine ahnung deshalb ich habe wirklich keine ahnung aber keine nachrichten kein großes gescrolle durch irgendwelche plattform weil da kriegst du wenn du denn im urlaub ist soll ich dich auf den lauten enthalten dann spiel ich wieder halber trucker wieder ist dann kommt meine frau er nie wieder hier lautlos blockieren ich will nicht gestört werden ich habe da wirklich ich bin ich wirklich raue also bin ich ich meine ich finde es jetzt schade wieder ein paar tage nicht das ist einfach absolut mein favorite ich brauche das immer so zum runterkommen und so aber da ein paar tage mal nicht fahren ist aber dann auch schon wieder auf den hof das muss ich auch sagen ganz ehrlich man freut sich auch endlich mal ein paar tage ruhe und aber spätestens nach dem dritten tag geht das wieder los aber man könnte ja mal hier eine tour und da eine tour das fängt man schon wieder an zu planen jeder hat schon wieder los ja klar du mit einem premium hast du musst rausziehen oder du vogel 2w20 2001 wir haben ja schon mal gesagt mit dem wegen spenden ich habe schon gesagt wenn ihr hier im live chat spendet also dieses dollar zeichnen dann kassiert gut wie 45 prozent wenn ihr aber in der beschreibung guckt in link weil er gerade geschrieben hat wo man wenn man spenden möchte kann will wie auch immer in der beschreibung ist der link zu tippe stream und da ist so gut wie nicht so viel abzug da ist wirklich ein paar pfennig und da bleibt am meisten hängen bei dem wo ihr spenden wollten also jetzt nicht nur bei mir sondern vielleicht auch bei den ganzen anderen youtuber oder influenza wenn ihr da spenden wollt dann nutzt tippe stream da macht er nichts verkehrt also link in der beschreibung und deshalb immer aufpassen was hier dieses ganze spenden dings gerade hier bei diesen live das ist gerade mit dem bus schwierig gute frage habe ich auch so ein augenlänge gesehen rolli verbinden und tippe stream ist doch das wenn man die nachricht vorgelesen wird wenn man da eine mit genau richtig genau wenn wir mal bei tippe stream kann man den text schreiben das wird bei mir hier oben eingeblendet und da könnt ihr dann rein schreiben lalala 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 könnte man machen dann würde die tante das aber von google ist schon echt ausgeschämt 45 prozent einbehalten ist schon schon ist schon echt dreist weil wenn möchte ich ja den youtuber oder beziehungsweise der person dahinter mein geld geben in kreis spenden und nicht in riesen konzern und so richtig 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 genau die ganze kohle und rachen schmeißen ja das ist wirklich schlimm muss man halt wissen viele wissen es nicht aber ich habe mich auf damals schlau gemacht und dabei die auswertung gefahren wo ich damals diese spenden vom ding bekommen habe hier vom dänischen könig und flemming mit den 400 euro oder was es waren und ja da habe ich mich dann noch mal ne was für ein zufall flemming wir haben gerade von dir gesprochen apropos dein deine landsmänner sind bei sind bei mir weil am mein gott auch ganz hinten davor die kleine halle ja ja da fangen waren am samstag waren mein gott mein bruder und ich einschmeißen danach waren wir tanken und da haben wir ihn gesehen pkw mit kennzeichen aus dänemark dk dänemark genau denn dänisch krone der dänischte krone nicht weil ich gerade gesprochen habe flemming verstehst ein bisschen deutsch dass man das vielleicht noch mal erwähnen du hattest ja neulich ganz viel gespendet hier über diesen live chat wahrscheinlich weißt du es nicht aber das was du spendest behält google 45 prozent kassiert google und 55 prozent von dieser summe kriege ich 45 google um 50 prozent ich eine information wenn du gerne was spendest wo ich dir viel dankbar bin dafür dass du das machst dann guck mal unten in der beschreibung da ist ein link der nennt sich tippe stream link wenn du da drauf klickst und wo da was spendest dann ist geht das an mich und nicht an google das vielleicht mal so als hintergrund und als information aber trotzdem dankeschön aber wer möchte darf natürlich gerne auch über diesen live stream link spenden wenn jemand ein bock hat und darf auch gerne google unterstützt wenn jemand bock hat so jetzt kommen noch mal zurück das war hochdeutsch was ja ja das versteht was voran die da raus fangen ich muss mal gucken was hier treibt ich muss doch mal gucken wo müsste ich dauer hier kannst du was machst du denn da hinten also willst mich doch rollen soll ich der licht machen komm ich mach mal licht 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 wäre nicht schlecht ich helfe euch bin ja nicht so bin kein egoist aber da rein alter ich habe ja gesagt wenn wir eu road map 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 fahren dann muss es krachen nicht einfach nur an der rampe fahren das ist ja sinnlös planlös das muss hier richtig geil werden da müssen wir gleich in der ecke und schäme mich ja wie damals im klassenzimmer ab in die ecke schäme dich genau papierhut rausgeflogen papierhut auf und ab geht's äh wo musst du da hin einfach da die rampe oder was ich muss neben den trailer der städter er nur wieder wüsste kann ich nicht ausgesehen einmal guck mal noch mal guck mal noch mal eine beschreibung oder mich muss man sich aber hier noch mal gucken weil er den link nicht findet was ich gehe mal auf meinen eigenen live streamer gucken geht es hier nur klö sind wir denn hier da sind wir doch ich gehe mal auf mein eigenes stream und wenn du darf dein eigenes stream ist kann man gleich mal gucken da hast du das unten genau du hast quasi wenn du schaust in der beschreibung steht dann mehr dane mehr und auf dieses mehr klickst mit auf dieses mehr klicks dann ist auch der link von der europa map 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 dabei und dann kommt da stehen die spenden danke fürs schütze und dann kommt dieser tippe stream link das ist diese link 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 so jetzt muss man gucken wo ich rein muss hier kannst du kannst schon mal gucken ob du was findest da wo wir noch nicht war jetzt wird es interessant ich musste mich auch da ich will bloß ich muss ja vorne irgendwo rein ach da kacke und das aber kacke ich habe hier schon wieder nur scheiße ich habe schon eine richtig verkackte abladestelle weil die solchen hier einparken da stehen doch die ganzen hanswursten hier in fetschau spreewald waren wir auch noch nicht oder nee sagt mir das hätte ich nämlich was dorthin aber wenn er wenn er da wenn er dahin fahrt bringt die rücken mit nehme ich das schon mal an ja der hub hast warte 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 ach du da komm ich doch nie rein hier eine steam karte für den osterhasen jawohl der mike spendet 20 euro für die steam muss ich aber irgendwo aufschreiben für eine steam karte für den osterhasen mike danke ich muss aber zettel stift hier ich werde alt ich könnte jetzt was sagen aber ja ja das ist kollision ach du scheiße weil ich muss das aufschreiben oder der mike hat 20 euro gespendet das ist nicht vergessen 20 20 euro steam gutschein von mike ja voll dagegen habe ich gedacht hier ist keine kollision gleich danke muss halt noch besorgen und wir kommen schon nie rein so eine scheiße mit der scheiße noch mal dinge aus ja die scheiße an die mit der scheiße zwischen irgendwo reinkommen hier in dem bleiben die rein im leben irgendwie habe ich das hier geschafft irgendwie aber irgendwie gute gemacht da bist du schwer beschäftigt junge junge eine kamera so ein bisschen am arsch bin jetzt gehen gefahren komm 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 dreh nicht dreh nicht dreh nicht dreh ich sehe nichts ich sehe scheiße ich sehe nichts noch mal vor noch mal vor oder jetzt mal wissen wir hatten dass er vollgestellt hat wieder falsch ich häng auf alle fälle ich auch glack wie sieht aus mal 11 flammig 500 dänische slot is thanks a lot er hat uns wahrscheinlich nicht ganz verstanden aber macht nichts. Trotzdem danke für 500 dänische Slotten. Dankeschön. Holger? Jetzt muss ich trotzdem noch mal hier... Ja, ja, ja. Ich müsste auch noch da einparken, wo du warst. Ja, ich bin sofort weg, bin sofort weg. Ich muss nur gucken, wo ich hier aufladen muss. Ach so, alles klar. Genau, Christian. Ach, Mensch. Äh, ja. Oh, Mann. Aber wer hat denn hier diese doofen Ziegel hingestellt? Ich komme hier nicht rein, ey. Ich muss hier noch mal so stark rum, aber dann hängen hier diese Pfosten hier. Ey, du siehst nichts hier, ey. Du siehst den Scheiß von der Seite. Und von der anderen Seite kommst du aber nicht hin, weil da steht das ganze Schmodderzeug hier, ey. Oh, oh, oh. Äh, Katze. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt warst, aber bei mir hast du einen kompletten Trailer oder irgendeiner von euch hat einen kompletten Trailer bei mir hier abgeräumt. Der steht jetzt auf drei, äh, Parkplätzen hier. Boah, keine Ahnung, das kann, öff, kommt gerne mal vor. Ja, das ist, was man schlecht synchronisiert. Wollte ich gerade sagen, weil da hier wahrscheinlich der Trailer gar nicht steht. Geh ich mal von aus. Korrekt. Ja, dann ist das wieder so ein Kram. Also, Marco, ich will dir ja nicht die Motivation nehmen, aber wir müssen ja auch wieder aufladen. Du, Drecksack. Ich kämpfe hier, weißt du. Mir läuft das Arschwasser schon runter, dann kommt der mit so einer Nachricht hier, ey. Guck dir diese Kacke an, ey. Der macht mich fettig. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Und ich komme hier nicht rein. Dieser scheiß Bude hier. Oh, nee, verkehrt rum. Ich lasse dich raus. Ach, je. Ach, die machen mich fertig wieder am Abend hier. Gucken wir dem Marco doch mal zu. Voll am Sack ist das hier, ey. Das ist so scheiße mit der Scheiße hier. Ey, da fliegt doch ein Trailer. Ach, ihr fliegt ein Trailer. Oder, nee, nicht fliegen, aber er bewegt sich dezent. Das sah gerade interessant aus bei mir. Ich habe zwar den Trailer nicht gesehen, aber den Schatten von dem Trailer. Huch. Okay. Komm, 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 jetzt. Oh, komm, fahr zu, ihr zu Sau. Ich kurbel mich ein, Alter. Was ist denn jetzt hier mal grün auf diesem Scheißfeld? Oh, ich habe es geschafft. Oh, ich habe es. Ist grün? Oh, ich werde noch mal bläder. Oh, ich werde. Alter, ich stehe da wieder eins. Ja schon. Semi-zipfel-Klatsche. Ja, ruhig. So, und jetzt hier nochmal laden. Hier fliegt ein Trailer rum. Was ist das denn hier schon wieder? Ich muss erstmal gucken, was das hier... Eigener Trailer... Hier ist gerade bei mir auf der Seite ein Trailer rumgesprungen hier. Oh, lecker. Alter, so eine Pfoten-WV vom Rödeln hier. Oh, verspätet. Buh. Was soll ich machen? Entschuldigung, Entschuldigung. Wo muss ich netz hin? Entschuldigung. Oh, nee, oder? Ich muss hin zu dem Laden, oder? Na, Marco, von einem Dilemma zum nächsten. Ich könnte schon wieder hier Mäuse melden, ne? Guck dir diese Kack an. Bei Marco, seine Aufschrift ist ja verspätet noch pünktlich, oder? Wie war das? Genau. Das ist genauso richtig. Ich glaube, er hat schon langsam so Schweißpferlen. Ach, tisch. Oh, leid. Jetzt kann ich hier wieder reinzwiebeln, ey. Da kann ich jetzt hier... Ey, was ist... Vor allen Dingen, ich komme jetzt hier nicht mehr raus, hier, ey. Da müsste ich ja nochmal... Jawohl, Patrice rammelt erstmal alle Tränen über den Haufen. Wollte ich gerade sagen. Ja, bei mir auch so. Bei mir steht ein großer Schrottplatz zusammengeschoben, da. Das ist das, ne? Das liegt ja da am Laden, ne? Spass mal, ich müsste... Ja, der eine sieht sie, der andere sieht sie nicht. Habt ihr schon alle jetzt geladen, oder was? Das könnte es ja nicht sein, oder? Ja. Oh, ich könnte... Ja. Der Träner fängt an zu tanzen, oder was? Wee! Oh, der erste Räge. Ich war... Ach du Scheiße, jetzt sehe ich das wie bei Patrese. Ah ja. Und Patrese ist weggespuckt. Jetzt ist er weg? Ja. Hallo? Jetzt bin ich wieder da. Ich habe geladen. Aber ich sehe dich nicht. Ja, fahr mal raus, weil ich sehe dich nicht. Jetzt sehe ich ihn wieder. Ah ja, jetzt ist er wieder. Na nü. Da ist er wieder mit seinem Flurförderfahrzeug. Müssen wir gleich erstmal Ladungssicherung gucken, hier, ob das so passt. Oh, da muss ich rein jetzt. Oh, ich könnte schon wieder die Mäuse melken, ja. Beides ist TÜV Süd, das passt. TÜV Süd. Das ist Fahrzeuge. Oh, schönes Ding, oh. Das muss doch. Das muss doch bei uns. Das muss doch. Der war nicht schlecht. Äh, da kriegst du schon bei dir, ne? Ja, der Wolf fährt jetzt mal auf die linke Seite, das ist gut. Kann ich jetzt in meiner Möglichkeiten jetzt hier mal schnell reinrammeln? Äh? Oh, Alter, da kriegst du hier. Oh, ich muss mich da hinten ganz in die Ecke rein. Ich muss in die Ecke stehen. Na, komm. Aber die Ablade und Ladestellen sind so geil. Da steht der Trailer, Marco, bei mir. Wo? Ach so, bei dir oder was? Ja. Liegt bestimmt. Ja, bei mir steht da auch einer. Na, super. Ah, shit. Boah, den muss ich als Hühnchen packen. Das muss dir der Lagermeister, da hat man ein paar Paletten wegstellen. Was ist das für eine Schlöbude? Ja. Genau, das hat Ronny schon gesagt. Palett, Palett. Ja, das ist der Trailer, ja, ja. Palett, Palett, Palett. Hier steht doch noch das Lärme auf dem Feld. Ich sehe nichts, hier steht alles gerade. So bin ich jetzt hier. Bei mir ist der ganze Hof, ist ja alles verschoben. Alles liegt auf der Seite, steht woanders. Wir haben alles kaputt gemacht jetzt hier. Wir waren das nicht, fertig. Das muss aussehen hier. Wahnsinn. Oh, wenn ich das schon sehe, wenn ich das schon sehe. Wo ist denn dieser hässliche Trailer hin jetzt hier? Oh, ich könnte da mal hier total. Oh, Gott, Alter. Jetzt bübel ich mich hier selber. Wo ist denn dieser hässliche Trailer jetzt hin hier? Na, da ist er doch. Das macht doch nichts so Spaß wie Wechselblücke fahren, oder? Das geht ja auf so einen Sack. Ich glaube, wir haben mehr randaliert, wie alle fahren. Ich komme ja nicht an diese Scheiße ran. Jetzt muss ich ja echt nochmal rumrümpeln hier, ey. Mann, ey. Ich kenne schon wieder zum Mäuse mit der Scheiße. Mit der Scheiße. Irgendwann brauche ich ein neues Lenkrad. Definitiv, weil hier irgendwann mal was um Arsch geht. Weil da auch Flieger fliegt wieder. Weil da was rausgebissen wurde auf Schipps. Ja, wahrscheinlich. Das ganze Lenkrad weg hier am Schluss. Warum wird denn das hier nicht grün, ey? Was ist denn das für eine Scheiße hier jetzt? Was ist denn das jetzt hier? Ich sehe nichts. Du bist mir schon so ein Spezi da. Ja, das ist alles Elite hier, ne? Oh, Alter. Aber das war geplant, Kai. Pass auf. Das war nämlich geplant. Pass auf. Also fast. Das war nämlich jetzt alles geplant. Oh. Falsche, falsch, 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 falsch. Mach seine falsche Bewegung, bist du am Sack. Nee, falsche, wieder falsche Bewegung. Mann, ey. Ich könnte jetzt... Jetzt rein jetzt hier. Rückwärts gerne. Ja, muss denn jetzt hier. Gleich habe ich es geschafft. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ja, ja, ja. Schnell laden. Schnell, schnell. Morgen. Die Vandalen von der Nordicago mit ihren Bayern. Ja, cool. Black Shadow. Hallo. Vorsicht. X, X Haus. Danke für 29. Nee, 25 Euro. Moment, ihr liest was vor. Moment. So, dann mach mal die Scheiße mit der Scheiße. Oder für deinen Druck-Druck-Drucker. Druck-Druck-Drucker. Und dafür, dass du Rhein-Ruhr-Gebiet sagst. Rhein-Ruhr-Gebiet. Und ich nie wieder Pott höre. Jawohl. Danke. Danke für die 25. Äh, hier, Euro. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt aber. Wir gehen natürlich in die Druckerkasse. Und das vom Dingsbums geht. Dann in die Steam-Karte. So, jetzt aber. Von Mike. Wo waren wir? Genau. Let's Fats. Fahrt mal vor. Alter. So knüppel wir hier. Ich hab das gerade gehört, wo die junge Dame das vorgelesen hat. Schön, ne? Mach mal hier mit der Scheiße mit der Scheiße. Mach mal die Scheiße mit der Scheiße. Ah! Ja, ich find dieses Vorlesen, find ich mal mega. Oh, mach das hier mal mit der Scheiße mit der Scheiße. Mach das mal mit der Scheiße, mit der Scheiße hier. So eine Scheiße. Oh, schön. Oh, absolut geil. Gut, ne? Ja, ich find das so. Oh, das war nicht schlecht. Typisch Film ist besser. Da ist, äh, YouTube leider noch ein bisschen hinterher. Aber trotzdem. Richtig geile Scheiße. So, dann noch mal wirklich vielen Dank an alle, die hier zahlreich was da lassen. Dankeschön. Jetzt habt ihr eh ein paar Tage Ruhe von mir. Bis am Sonntag dann wir wieder was zurückgeben, meine Damen und Herren. Also dann noch mal vielen Dank an alle. Na, an Wolf, Mike, Kai. Meine, einer folgt dann noch. Oh, bremsen. Wie, wie ist denn das eigentlich so eine Steam-Karte? Wie lange ist denn die gültig? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich ewig. Ewig? Ich glaub schon. Du kannst ja die Steam-Karte einfach nehmen und einfach hoch, aufladen. Dann hast du halt einfach auf deinem Steam-Account. Das ist ein Bock, was dann. Dann ist ja wurscht, wann du das aufladest. Naja, ich glaub eine Pay-Safe-Karte, die ist bloß gültig im Monat oder so. Eine Pay-Safe-Karte? Was ist denn eine Pay-Safe-Karte? Oh. Die größte auch an der Tank oder sonst dergleichen. Also gesetzlich ist eine Gutrahm-Karte oder wie auch immer eine Geschenk-Karte bis zu drei Jahre gültig. Also hat Wolf gesagt, bis zu drei Jahre ist er gültig. Hat er gerade gesagt. Alles klar, danke. Was ist denn du hier? Das war schon mal was hier. Bis zu drei Jahre. Kannst du mal sehen? Drei Jahre. Habe ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt so mit ein paar Wochen gerechnet. Ja, hatte ich auch gedacht. To Wii. Ja, zwei Jahre. Du, wie? Du hast gespendet. Ach, deshalb X. Ich war jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Aber gut, jetzt. To Wii, danke für die 25 Mark. Dankeschön. Dankeschön. Ich raste aus dem Kölb. Vorzack, ziehe ich alles zurück. Ich mache es nicht. Schwöre. Ich schwöre. Versprochen ist versprochen. Ich bin mit Wettbewerb. Also Ruhrpott? Keine Schnauze. Oder war das Ruhrpfanne? Oh. Der zieht die 25 Mark wieder zurück, wenn du hier nicht aufhörst, hat er gesagt. Nee, aber letztens habe ich ein Video gesehen. Ja. Was war das? Da war in der Stadt ein schwerer Brand. Deswegen habe ich mir das Video auf YouTube angeguckt. Ruhr, Ruhr oder so. Da gibt es noch eine Stadt von, oder? Was ist Ruhr? Ja, Ruhr heißt die Stadt. Deswegen heißt es Rhein-Ruhr-Gebiet oder so. Das hängt doch irgendwie mit der... Also es gibt einen Fluss, der nicht in der Ruhr heißt, ja. Ja, gibt es da nicht eine Stadt auch? Keine Ahnung. Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, doch nicht. Also es gibt Städte, die heißen... Also der Stadtenname an der Ruhr, aber direkt Ruhr wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, sagt man nicht. Was haben wir Dr. Google Fragen? Irgendwas stand da mit Ruhr auf dem Ortsein- und Ausgangsschild. Ja, vielleicht Kreisruhr oder so. Das kann auch sein, ja. Klar, wenn nicht dann der Fluss da ist, dann kann das meistens schon sein. Ja, das war nur ganz kurz drin. Und dann hat mich das auch nicht so wirklich interessiert, weil ich eher das mit dem Brand da sehen wollte und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. So. Ja, es gibt es Ruhr. Ach, nur Ruhr an der Ruhr heißt es. Ich glaube, der Timo. Ah, siehste. Ja, das ist Ruhr an der Ruhr. Ach, schön. Ja, ihr seid mir schon so ein paar Spezies hier. Ei, wir lassen uns gar nicht mehr lernen von dir. Ja, siehste. Kai, jetzt. Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. Genau, genau. Jetzt muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen, weil ich ja immer Pott sage und so weiter und so fort. Ja, jetzt habe ich mal mehr gewusst. Hä? Hä? Ich halte es sich im Stüten und das ganze Ankommen, weißt du? Ne, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Das wissen ja viele, ne? Wir sind immer froh, wenn wir hier uns auch weiterentwickeln während des Fahrens und dann solche Informationen raushauen hier, ne? Was ist denn nun mit dem BMW-Fahrer hier? Was ist denn nun mit dir hier? Fünfer BMW und dann Büps und dann fährt er ja 60. Das sagt der Name schon BMW, verstehst du? Hm. Du weißt schon, wo ich schufte. Ja, deswegen ja. Der macht mich fertig, der Bengel. Bei meiner Konkurrenz. Was? Bei deiner Konkurrenz, was soll das heißen? Na ja, Mercedes-Fahrer durch und durch bin ich. Ach du Scheiße. Ein aufrichtiges Bylife. Und schon ist Krieg der Spannung. Hallo, was jetzt hier heißen. Aber arbeiten tust du da nicht, oder? Ne, ne. Oh, zu welchen? Ja, dann ist ja nicht so. Jahrelang war ich schon jetzt jedes Jahr. Na ne, jeder wie er mag, ne? Kauf dir was Besseres. Ähm, was? Rechts. So. Das habe ich so am Vorbeigehen überhört. Wolf fängt erst mal zu singen hier. So, jetzt. Stettin, Berlin. Weiter geht die Luzi. Whee. Boah, der Katze schiebt von hinten an. Wer ist denn jetzt hinter mir? Katze ist von mir. Ja. Der Dutchman kommt von hinten. Der hat sich hier gerade schön vor meine Nasen platziert. So, jetzt krieg ich Angst. Wenn du jetzt rechts statt, bist du weg. Daphne. So, jetzt müssen wir schon auf Gegenfahrbahn. Schön. Die dicke Baustelle mit den dicken Dingern hier auf rechts. Was für dicke Dinger? Ah ja, hier so, wie heißen dann diese Dinger da? Wahnpartner. Ja, meint ihr den Kipper? Ja, genau. Wie heißt die Dinger dann da? Ach so. Müldenkipper. Müldenkipper, genau. Also eigentlich auf einer Autobahn-Bahn-Bahn-Stelle D-Platziert, aber naja, gut. Die wollen nicht so oft fahren. Ja, stimmt, die wollen nicht so oft fahren. Einmal hier Asphalt runter, rein damit und gut ist. Vorsichtig, mein Vordermann steht wieder in der Bremse. Aber schön gemacht, ja, ne, mit der Baustelle. Sehr eng, kannst dich überholen und so. Ja. Gut gemacht, sowas. Sowas wünsche ich mir nach wie vor, ähm, wem wem holen. Ich wünsche mir sowas ja eigentlich auf der, ist der Standard-Karte eigentlich als Mod. Gab's ja mal tatsächlich. Ich weiß bloß ein Auto, ich muss meine Videos mal durchforsten. Es gab einen Autor, der das hier so genau so gemacht hat. Auf der A7, glaube ich, Norden war da eine riesenlange, richtig geile. War das nicht die A2? Da waren mehrere Baustellen auf der Map, oder als Mod. Da zwischen Dortmund und Hannover, so ellenlange Dinge. Ja, genau, und das war, finde ich, richtig geil. Dann konntest du da sogar noch Ware hinbringen, das war doch noch in Planung. Hat aber dann nicht mal weitergemacht, was ja schade war, weil der eigentlich gut angekommen ist. Wenn du auf der Standard-Karte übelst lange, wie man es halt kennt, Baustellen hattest, die richtig geil aussehen. Genau, und dann hat er nachher weitergemacht auf der A10 und so weiter und so fort. Ja, genau richtig, da waren einige Baustellen. Aber es geht natürlich nicht mehr. Ja, Racer, moin. Genau. Obikar mit Windschutzscheibe. Also von dem her. So, Prost. Aber die Baustelle war jetzt gut, schön eng alles, so muss man da zahlen. Das finde ich immer richtig toll. Jetzt komme ich wieder nicht aus der Pötte hier. Was haben wir überhaupt geladen für Schmorder? Kokosnussmilch. Kannst du der Katze geben, ja, die ist das vielleicht. Also die richtigen Katze, ich meine der richtigen Mieze, ne? Ja, der muss da immer hoch. Ja, aber wenn... Hat er wieder eh hingebracht. Ja, genau. So sieht's aus. Genau. Ah, schön. Ja, weil ich muss dann immer an meine zwei Miezen denken hier, weil wenn ich einen Kühlschrank aufmache, sitzen beide auf einen Schlag hinter dir, wenn du den Milchbottel aufmachst, ne? Ja. Du machst den Kühlschrank auf, holst den Milchbottel raus, machst den Kühlschrank zu, drehst du um, sitzen beide Katzen da. Was kommt ihr jetzt her? Also wie wenn, zack, Hex, Hex, gerade noch gepennt, kam aus dem Kühlschrank auf, sitzen sie da. Ach, was ist denn jetzt passiert? Bei meinem Mund kann ich keinem komatösen Hipschlaf sein, aber sobald der Kühlschranktür hat, hört, ob der Hinten... Das ist das gleiche, ne? Das ist dasselbe. Ich weiß schon. Das ist, ich zitiere, aber die wissen, die wissen, wo es Schnabula Rasa gibt, ne? Das wissen die einfach, ne? Mein Spiel ist gerade abgestürzt, aus irgendeinem Grund. Dann schnell wieder rein. Ab und zu hat man das einfach, ne? Obwohl im SDS-Konvoi nicht, eher vielleicht im Trucker SP, da ist auf einmal, zack, bist du rausgeflogen, ne? Das hatte ich bisher noch nicht im Trucker SP. Oh doch, das hatte ich schon zwei, drei Mal, oder so. Aber ohne irgendwie, dass man geklickt worden ist, sondern einfach, ne? Hm? BMW, wir haben live-stimmend bis 22 Uhr. Und das reicht dann immer so, ne? So zwei Stunden so, Pi mal Daumen. Reicht voll, ass. Ungefähr zwei Stunden sind wir heute. Wie mal dann fertig werden, jetzt hier mit dem... Einleiten einparken, ne? Mein Hund ist auch so. Ja, das ist wahnsinnig. Tiere, ne? Die wissen ganz genau, was es zu fressen gibt. Tatsächlich gibt die zwei Trailer, ne? Ja. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Oh, da brennt's. Oh, beim Kajat was zu tun hier. Da brennt's. Da mag ich schon, Parkplatz, hier fliegen nämlich alle Autos. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Wir haben die Bodenhaftung verloren. Wo sind wir denn da jetzt? Da bin ich jetzt nicht dran. Jetzt sind wir aber in Rufe, das sieht doch cool aus hier. Kein Ding. In Rufe. Tatsächlich hatten wir Pkw-Brand schon lange nicht mehr. Ja, sei froh. Hm. Das will auch keiner. Was habt ihr denn jetzt hier von der Abladestelle hier? Also ganz einfach, simpel, oder hier? Zumindest sieht's schwer danach aus. Ich krieg bestimmt irgendeine Scheiße hier. Ich komm zur Kralbe. Und sie muss auf jeden Fall auch dahin, wo Katze steht. Vielen Dank, Wolf. Hoch. Patrice, muss auch dahin? Ich erwisch's wahrscheinlich. Ich muss irgendwo, weiß ich nicht, hinterm Haus parken am besten. Ach Gott, wo bin ich denn jetzt? Ach du Scheiße, ich bin ja auch auf der Bahn. Auf der Bahn. Auf der Bahn. Auf der Autobahn. Dann haben wir denn die Runde schrottfreien Flug. Patrick, grüße gehen raus. Teleportier mich mal hier. Das ist der Chef. Wir haben vorher gerade über die Homepage gesprochen, über hier, ne? Die nicht up-to-date ist. So, jetzt warten wir mal ganz kurz hier, weil sonst wird's ein bisschen zu viel hier. Weil ich weiß nicht, ist ja Kollision, ich hab mal nicht geguckt hier. Das wissen wir nicht, oder? Ich hoffe, man sieht meinen LKW, weil ich seh... Da ist Kollision. Sonst war ja überm Name dieses... Ah, ja, ja, stimmt, das ist das Geisteswold, ja, stimmt. Bis dahin, Grüße. Also ich hab diesmal keine passende Fracht, beziehungsweise irgendwelche, die wir noch nicht waren. Ja, Heiner, genau, GP Gamer war's. Richtig. Danke, danke, Heiner, danke für den Fall. Der Community kannst du dich verlassen, ne? Ja, siehst du, weißt du, gleich wieder was fahrt. Heiner hat geguckt, GP Gamer war's, richtig, 1703. Ich hab keinen Kontakt mehr zu dem, meine ich. Ich hab mit dem mal gequatscht im Discord, glaub ich, aber ich weiß nicht mehr, wo. Also ich brauch jetzt ein Lenkrad. Wie kotzt du das auch mit dem, der war der Gamepad. Echt. Was soll ich... Sag doch mal bitte noch. Ruhrgebiet, nicht Ruhrgebiet, was Ruhrgebiet? Also Ruhrgebiet, Rhein-Ruhr heißt es, nicht Ruhrgebiet? Ruhrgebiet darf man nicht sagen. SCS hat gesagt, Rhein-Ruhrgebiet. Ach, Port ist Port fertig. Okay. Sieht aus. Er macht das... Ich krieg sogar recht. Bin ich genau derselben Meinung. Er macht das mit... Na, ich nicht. Ich, nein. Davon grenze ich mich ab. Dreck, was ist Ruhr. Was hat da die rechte und linke Hand? Das schmiert mir, du kannst mir berichten. Alles klar, Patrick. Hier irgendwo abladen, wo ich eigentlich... Also, wo da stehen irgendwelche Autos in dem Trigger hier. Bei meinem Abladepunkt. Ist denn das hier? Bin mal gespannt jetzt gleich. Ich warte jetzt mal schnell, bis er hier... Das Dutchman jetzt hier mal ranrammelt. Ich rammel jetzt aber einmal auf die Symbolen. Oh, 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 oh. Uh, Kreisverkehr, Fede. Kreisverkehr. Ach, 60 Punkte. Ich komm, wir fahren in den Kreis. Ich muss wieder... Wo muss ich denn? Achso, ich muss auch da hin. Ach ja, gut. Ist jetzt nicht so. Das könnte man hinbekommen. Das könnte ich auch hinkriegen. Ach nee, krieg ich nicht hin, oder? Okay, ich muss jetzt irgendwie noch mal einen Mändler machen. Was krieg ich ja nicht hin? Hat sie da hinten? Das ist eine riesen Tanke. Sollen wir da mal schnell hinfahren und warten, bis die fertig sind? Ihr könnt noch mal fleißig suchen. Weil Katze hat gesagt, er findet nichts mehr. Irgendwas in einem Gebiet hier im Umkreis, wo wir jetzt noch nicht waren. Jetzt warten wir bis Dutchman wegfährt. Warum schweben denn die ganzen Autos hier? Ja, mal einen leeren Tank. Was war das denn, Katze? Mit dem Kreisverkehr? Ja, hab ich nichts gegengefahren. Das hat keiner gesehen. Es ist nichts passiert. Alles klar, aber das ist ja nur Lübe. Hey, ich kann hier nicht rumfahren. Wieso das denn? Ich hab sogar kein Beweisvideo. Oh nein, das sieht es gar nicht aus. 2% Schaden, wieso das denn? Das schicke ich nachher in Discord. Ja, ich bin auch an irgendwas unsichtbar. Ja, genau. So, jetzt ist es vorbei. Aber jetzt bergauf, ich wundere mich gerade schon. So, jetzt mal hier gerade kurbeln. Was macht der Mallow von einer Woche bis die fertig sind? Ah, wo der Dich jetzt steht. Da fangen wir jetzt auch hin. Du hast sogar Patrik gesagt, wir könnten Mallow-Urlaub machen, bis wir fertig sind hier. Eine Woche. So, wo ist man trennen? Wo ist denn die scheiß Bude schon wieder die Büchse hier? Mann, wo fahr ich denn schon wieder hin? Ich könnte schon wieder hier. Also, wer aufgrund von KI oder anderen Themen hier nicht rückwärts einpacken kann, dann muss er dann überspringen. Ja, logisch. Das geht halt dann nun mal nicht. Wenn sich anders geht's. Genau das Problem habe ich auch, wie Wolf. Ja, dann tut überspringen, dann hilft dir nichts. Dann könnt ihr schon mal nach neuen Fracht suchen. Gibt's nix, Marco. Wie, was, gibt's nix? Da gibt's nix in dem Eck da hinten. Wieso dat denn? Ich seh mal, wo's Maträller. Ich seh Maträller nicht. Da ist er. Ich hasse das hier, die scheiß Kack-Bude hier. Scheiße, bitte. Scheiße. Scheiße. Oh, ich kenn's wieder hier. Ja, Wolf. Ich muss hier nochmal ein Stück finden. Hast du hier Windisch-Lögen-Hast? Ich kenn's schon wieder hier. Jetzt aber. Ab jetzt hier. Aber ich glaub nicht. Oh, ich war schön, die Erde zu behalten. Alles in Ordnung. Exakt. Der Wolf hat recht. Wo recht hat er da drin? Halt mir doch die Haare aus hier von dieser Scheiße hier. Scheiße hier. Stress am Feierabend. Das ist kein Problem. Ich glaub. Ich glaub, da kommt mir nicht mehr rein. Da, wo Rick jetzt steht. Komm, mach grün. Mach grün jetzt. Mach grün. Ich glaub, das wird schwierig. Mach grün. So, passt. Arschlecken. Ausgezeichnet. Yeah. So, ich fahr ein Stück vorne. Guck mal, deswegen... Ob ich dich mal Fracht finde? Da müssen wir jetzt mal gucken. Ach, sie findest du irgendwas? Nee, ich hab ja auch nichts. Nee, eh ohne. Okay, dann. Ich guck mal. Ich guck gleich nochmal. Da müssen wir jeden. Die haben Helium in der Reifen. Kannst du schlafen noch nicht du an? Ja, Standard Fox, da gibt's auch ein Tandem, ja. Da ist Tandem oder hier mit Deichsel. Können Sie auch suchen. Rick, was machst du hier? Rammels gegen die Autos. Was ist denn bei dir kaputt? Marco, du hättest was nach Birmingham. Ich glaub, mein Internet geht gleich kaputt. Nee, also ich hab hier auch nichts. Oh, Michael, stell dir mal den Lenkrad mit 40 cm, Alter. Dann stichst du ja so. Höchstens was nach Nürnberg oder hier nach Rumänien. Alter, was machst du? Ich muss weg hier. Der macht mir Angst hier. Aber ich komm hier nicht raus. Wolf, ich kann hier nicht durchfahren hier. Ich komm nicht mehr raus. Der mit seinem Tandem hat epileptische Anfälle fünf Minuten in Ruhe lassen. Der fällt jetzt gleich im Boden und ist er weg. Das war jetzt die Demo von epileptischem Anfall zum Schlaganfall. Das kannst du hier vergessen. Da kommt man nicht rein. Das ist... Ich glaube, die Ablade stellt es nicht ganz bugfrei. Nee, sieht nicht ganz aus. Sieht aus, ja. Hallo, Chef übrigens. Hallo, Kätzchen. Ach, da ist er doch. Hallo, Chefchen. Moin. Hi, Ani. Aber Fettschau, Spreewald, waren wir doch, oder? Ja, ne? Ja, aber da gibt es nur alles Mögliche in Osten oder irgendwo hin. Aber es gibt nichts. Ich könnte nach Rumänien fahren. Ich hab hier was nach Hoppegarten. Berlin Hoppegarten. Du hast aber von Forst. Du musst, also... Ach so, scheiße, sind wir... Ja gut, aber wenn wir... Von Forst-Klausitz. Ja, Forst-Klausitz. Ach nee, warte mal. Ja, wir sind aber ordentlich in Forst. Nee, wir sind in Fettschau, Spreewald, sind wir, ne? Genau. Exakt. Aber gut, was willst du denn machen, wenn du hier nicht schübt von... Von... Von Fettschau, ja. Ja gut, ich sag mal Forst. Also ist ja direkt nebenan. Also wir müssen ja bloß auf der Autobahn und die nächste direkt wieder runter. Ja, ich hab's mal... Ich hab's mal eingewählt. Dann fahren wir nach Berlin Hoppegarten. Ich hab's mal... Ich hab's mal ein... Könnt einfach annehmen und dann... Schüssel ich schon mal los. Dauert die drei Jahre, bis ich wieder jetzt hier... Äh, hier, ne? Laden und so. Prost! Kommt noch ein klein. Hm. Nee. Da hat's die Feuerwehr. Unterbrand. Da brennt sogar Tonnen, Kai. Ganz genau hinter dir. Die machen sich nur Unterbratenwurst. Was? Was? Hallo? Hallo? Alles gut. Hab ich dich berührt, oder was? Wie? Oh. 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 Wieder rum. Oh, da war wieder sehr geil. Da weißt du, da geht schlimm. ocado. Ganze geht schlimm. Alter, wie das klang. Hab ich dich jetzt berührt? Alter. Man kann ja mal ganz nah nachfragen. Der hat aber gerade auch schön geruckelt. Alter. Der war jetzt wieder schön. Ist schön, das wird alles gespeichert. Internet vergisst nie. so das zur leichten berührung liebevoller stubser das war das war so leicht berührt aber kann geil die neue firmenfarbe ist morgen auch pink blau ich wollte eigentlich nicht tupen dass ich habe die falsche taste gedrückt eigentlich haben sie am samstag mit dem falschen trikot gespielt die hätten der pink blaue nehmen müssen weil die waren ja im auswärtig haben der ist das ist das trikot gefällt mir das was sie jetzt haben aber so gespielt haben das fand ich gut dass das das schwarze wird es das anders ist doch kein tricot ist ein zustand mensch beim färben beim waschen hat es gefärbt oder irgendwas kann man sowas machen augenkrebs aber naja so sieht so jetzt erstmal volle möhre was klaus ist jetzt glaube ich jetzt haben wir da an dem an dem brand vorbei an dem haus brand oder war dann nicht so ein haus brand irgendwo hier in forst lausitz war das nicht wo ein haus gebrannt hat ich war hier schon ewig nicht mehr ich gucke jetzt mal ob da ob der haus brand hier noch war ich war hier noch gar nicht ich habe keine ahnung ich finde also die road map 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 die ist echt gut vor allem wenn du dann so mit wechselbrücke oder so fährst das sind einfach wieder jeden fall ja ja du hast gleiche gebäude aber alles zugestellt und dann extrem schwierige abladestellen teilweise zu messen wie wir es vorher hatten und das ist macht dann schon laune da kannst du schon richtig richtig spaß haben so was zum beispiel da ohne hier da was ist das da ohne da in österreich da beim da wo es dabei soll ja genau das ist auch so ein ding das ist auch so halbbronn map mit der schnitzel bruder nicht halbbronn map ah ja ppm map dazwischen schnitzelwagen schnitzelwagen ja mit wechselbrücke rückwurz hoch ja okay ach so jetzt ach ja geil ne da war ich richtig auf zack ja ich hab das auch probiert ich bin kläglich daran gescheitert ja es ist sehr 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 so hoppegarten jetzt muss man mal gucken ob wir hier weil wir haben nicht allzu viel platz hier muss man erst mal hier der auftrag annehmen hast du deine wette schon platziert hoppegarten das war war doch früher fährderin waren ach du scheiße deine wette platzieren ach so jetzt verstehe ich den den wortwitz wir fahren motorrad wir fahren motoren zu mal begraben aber das könnte jetzt könnte relativ easy werden jetzt hier mit einem parken zumindest so schön langsam oh verstanden achts entschuldigung nicht alles gut kein problem in die leite hinten drauf gerammelt also ihr zwei auch liebevoll berührt also heute ist echt wieder warme temperatur nicht man merkt der frühling kommt war warm und brüderlich doch warme brüder sind wir ja genau so sieht es aus das ist aber das ist wirklich so nicht draußen kommt die sonnenstrahlen und jetzt kommt es wochen ich komme hier der osterhase und über 20 grad und jetzt alle werden sie ganz warm draußen ganz knappe hübschen und so und dann geht es los oder werden sie war es geht es ja nicht aber auch nicht jeder tragen da gibt es dir sofort recht schön klar kannst du tragen geht immer jetzt ein flitzer von der chefin an und dann ist gut also manches möchte man einfach nicht sehen das ist nicht das stimmt allerdings schade wollte ich demnächst im live stream tragen dann halt nicht schreibtisch jetzt macht das kein problem sein ich würde extra mal aufstehen und dir meine zwei backen zeigen hier extra nur für euch alles für die community wisst ihr ja ach du ich meine ich habe ja schon vieles gesehen aber es gibt immer noch sachen wo ich sage aber ich glaube da müssten wir dann wieder einen late night stream ansetzen ja ja aber sonst gibt es wieder ärger es gibt wieder schelle es gibt wieder schelle schön so wo stehen wir wo sind wir ach ihr seid doch noch am beladen wunderbar kannst du musst du laden ihr wieder am letzten Eck hinten da hinten muss ich auch jetzt sein ach so hier hat man Platz vorst lausitz bei warte mal bhv bhv genau ich gucke mal in derzeit schnell wo hier der der brand ist hier ist er das hausbrand hier ist wo ist andy hier ist genau das brand hier sind hier baumum gefallen kai ihr macht auch ihr macht auch bäume wenn baumum fällt da siehst du ja nicht hier baumum gefallen zwei stück umso mehr haben wir dann brennholz was ist denn mit dem gamepad los echt hier ist doch no collision richtig nein doch ich sag ja hier ist no collision das ist richtig ich hab das gespenst über seinem namen gesehen ja dann kann der durchrammeln volle möhre aber die wenn ich mir die einsatzstelle so angucke ja die rettungsdienstler würden niemals so dicht dran fahren niemals ans bäumchen fahren die stehen immer ganz weit weg weil die haben einfach die stehen immer drei kilometer weiter entfernt weil die immer zu viel Schiss haben laufen gerne oder was ja das ist wissen ich ist manchmal naja und dann musst du noch trümmerschatten beachten und so weiter und so fort trümmerschatten ja das nennt man so was ist ein trümmerschatten soll das sein wenn zum beispiel irgendwelche äh häuserteile runterfallen etc achso verstehe schon jetzt guck mal der Rick ganz geschmeidig hier mit seinem Tandem ne ja ich hab mir auch einfacher ausgesucht ja das merkt man das äh ne damit gewinnt es heute keinen Preis das sag ich dir vielleicht kommt der eben mit dem Tandem an ich bin ja scherste Fahne hier drin ja ja alles gut alles gut so dann schüsseln wir los Holger du bist gleich vor mir let's fährt genau ich kann direkt wieder stehen bleiben warte mal ich mach nochmal wir wollen ja was sehen Achtung wieder die Augen verblüht das geht sonst in der Hose ihr wisst selber neu also wenn es hier 21 Uhr nachts wenn wir irgendwo ankommen mit Wechselbücken dann bist du fuck das ist das war um 0 Uhr noch hier dafür sind an dem Ding jetzt ein bisschen wenig Lampen dran das stimmt ja das geht nicht da fehlt noch ein Pfund LED Arbeitsschadenwerfer ja so sieht es aus im Specht aus so dann fahren wir hier wieder rein in Leisitz jetzt fahren wir mal nach Hoppegarten aber ich muss sagen jedes Mal wenn man hier hält das Licht eingeschaltet dann muss man sich immer die Sonnenbrillern was muss man dann? die Sonnenbrillern ach so die Sonnenbrillern wenn das Licht eingeht hier schockiert Leben wie war das? so was haben wir hier? wieder Augenkrebs wir wollen ja was sehen während der Fahrt wir machen keine Nachtfahrt hier wir wollen ja Wechselbrücke Brücken hier also beim nächsten Nachteinsatz sag ich dann zu meinem Chef warte mal ich ruf mal meinen Kumpel an der macht wieder L das ruf in Bayern an der kann hell und dunkel machen ja der kann das überhaupt gar kein Problem das wäre richtig cool ganz easy Konsulentaste drücken sagt Bescheid und Warn ich drücke die Konsulentaste mach 9 Uhr entschuldigt bitte dann brauchen wir die ganzen Scheinwerfer nicht immer auspacken und dergleichen sicher danke sicher danke sicher danke danke ooooh er ist und noch ein klein ich habe nichts gemacht da ok nee nee ich soll nicht du stehst auf mich der Fall oah jetzt aber so ich log mal 80 ein ne 80 alles klar passt so weit ist es ja nicht wir haben ja da bloß geschmeidige 120 km ist ja nicht 8 was 8 also 8 8 8 9 50 40 10 10 oder nicht 10 10 ist Geburtstag 10 ist Geburtstag 10 ist Geburtstag wie alt sind sie? 8 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 spreewaldgurken die sind übrigens lecker ich stehe auf spreewaldgurken die sind deswegen habe ich ja vorhin gesagt bring gurken mit also deshalb ist ja wirklich kein spreewaldgurken sind besser ich habe tatsächlich hier eine riesengroße spreewaldgurken kann man sich als dose bestellen tatsächlich tut mir nach ab und zu beim großen a durch mal der spreewaldgurken bestellen hause sind so exakt mit so einer grün kleinen spitzen gabel pixar da sind solche apparellos die sind solche kackwürste die sind aber so geil die schmecken die schnüppel ich mir dann auf zack 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 wenn die oral verklappt die sind echt gut also grüße an den spreewald die machen gute gurken ja da gibt es auch richtig guten whisky vom spreewald ja von gurken und zwar ich weiß jetzt nicht wie man die heißen heißen bei bei der bei der niederländer heißt das ja wie heißt das krachten oder so und bei 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 den heißt es logisch das kanal oder was das kanal hier die wo die da immer so lang schüppern mit ihre mit ihre gondeln da oder wie die da ist ja stimmt da gibt es gibt es tatsächlich spieler gibt solche kleinen ein rinnsaal wo man mit schlauch und entlang schüppern kann oder mit so einem drehboot hier mit holzding oder die haben noch haben noch so was ähnliches wie die in venedig da hoch ja genau da kann ich da kannst du damit fahren worum genau da kann man auch mitfahrt na jedenfalls ist die whisky nennt man das destilliere rei oder so naja jedenfalls an so einen kanal ist die dran da gibt es richtig guten whisky entweder hat täuscht das oder ich habe das jetzt richtig gesehen dass irgendeiner von euch da über den parkplatz gerumpelt ist ich habe gesehen da ist irgendwie mal links abgebogen ich habe doch gesehen so ein grauer punkt auf einmal war rechts und dann da wollte man gucken ob das war mit war mit mädels am parkplatz ansteuern stehen ja ja kurz kurz vor polen und so wirst du phase ist ja ne wer öfters mal tschechien unterwegs ist was auch was phase ist abends am straßenrand muss die auto zu zusperren sonst kommt sie reingehüpft die olga ist mir da so eine so eine eule da hier angelaugt aufkommt bei gta kann man das ja lösen wie die tür auf und rausschneiden knarre messer irgendwas aus also bei gta 5 von den mädels die da in diesem gewissen unterhaltung sind da blitz morse da habe ich alle nummern echt ich auch 76 76 kommen mit mir ich habe mit alle gespielt aber ich bin auch mal gespannt was das hier bringen soll bald hier paar monaten soll wollen sehr jede gta 6 bringen ja da bin ich auch gespannt was das bringt auch gerade sagen also ein paar monaten das ist ja noch nett ausgedrückt bis das jahr rauskommen für konsolen wohl bemerkt genau okay zockt ihr alle gta oder was ich habe gta gezockt das erste ist alles von um verstehst du von um das ist nur eins und zwei ja dann war es aber dann war es auch schon dann war es aber auch schon in jahr drei war dann schon 3d hat er muss da musst du auch mit die mädels sport machen damit du dein leben wieder aufhörst oder die lebensbalken vergrößert was heißt sport machen bei schlaf sport bei schlafen ich weiß nicht ob du dabei bei schlafen kann es aber sport sport du weißt und zwar immer schon zwei alle zwei zusammen das ist so ähnlich wie beim golf da muss man auch die bälle einlochen verstehe ich habe ich habe gta 5 wo die denn damals casino dieses glücksrad eingeführt hatten das ist ja für praktikanten im sattel hier war das 2009 10 oder gehört da habe ich jede woche jede woche kam ein neues auto ja ich habe ein jahr lang alle autos abgeräumt jede woche der meister geschlecht frühestes erstes quartal 20 26 also ich kann dich beruhigen da bist du doch kein redner wie alt geschätzt geht ja 15 jahren 11 12 das kam raus 12 13 oder so irgendwie so was also 25 tüten 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 mit doch nicht dann hätte frühestens erstes quartal 25 jahre geschickt jetzt müssen wir jetzt hin ja marco ist ja ganz richtig ach ich leider nicht mit einem ein hier also wir müssen jetzt bei mercedes abladen ich doch eigentlich auch wo ich weiß die tour weg wir müssen echt jetzt hier rein oder was ach du scheiße wir können jetzt mal wo ich neben dran jetzt müssen wir mal gucken hier ist alles voll eng hier ist doch voll scheiße mit der scheiße das ist für mich problematisch wenn ich hier mit dem auto hinkommen bei uns eine riesen hütte noch mercedes aber für die zufahrt fehlt jetzt geld ach du da muss ich ein da muss einparken ist er hier voll ich muss hier mitten auf dem hof mich stellen problem ist wenn wir uns jetzt hier alle reinstellen kommt keiner mehr raus ich weiß ich muss euch denn jetzt hin ja alle draußen das ist schon mal gut katze ja genau die wiese drauf hier geht das da ich versuche ich versuche jetzt mal genau holger fährt raus und ich war rein dann kommen wir hier so ein bisschen so ein spiel machen das kriegen wir vielleicht noch gebacken da hinten ist da hat tor gerade aus hinten manches geht zufällig auf was ist da ein tor ist da ein tor an einem glastempel vorbei da war was das stimmt ja aber ich weiß nicht moment und jetzt hat immer schnell ich fliege mal schnell hinter bleiben verstehen holger warte mal schauen wir schnell was ja mach ich da hinten ja das könnte gehen ich weiß aber nicht ob das aufgeht immobilist einfach mal also wollte ich die leichteste abladestelle hier du musst dich auch so einfach mal machen ja das war einfach geht nicht auf jetzt hast du die kacke am dampfen war überhaupt nicht auf mir zeigt wie das funktioniert ach du scheiße oh gott jetzt kommt und hier hinten draus ist auch nichts hier wenn ich hin durchfahre hier durch diese lücke hier 8 damals aber man könnte auch hier hinten raus für also nicht raus waren aber zumindest in wendler machen es ist wirklich gehen hier das heißt also abladepunkt ist ziemlich schwierig oder kann ich jetzt hier fahr ich jetzt auch mal mit raus oder ich warte auf katze katze im auto fährt dann fahrt du katze vorfahren dann fährt er rein ich fahr raus dann machen wir es so immer so wechsel so wollen wir uns dann hinstellen wo platz ist wie bei bens da links ja da kommt ja da kann man doch mal rein fahren gucken ob wir noch eine fracht finden genau von links rein erstmal rein ja genau fahrt mal rein mit euren schönen bremd lkw ist hier ich bin mal berg runter als einmal berg hoch einmal ein wendler ich guck mal ob ich irgendwas finde hier eine schöne fracht oder so jetzt findet man was auf der schnelle wäre wenn auch hier die ladesäulen stehen würden hier ich habe doch ein elektroauto in echt auch durch eine zufällige werkstatt ist ja toll garten dristen ein elektroauto ich weiß jetzt kommt wieder der hass hoch ich weiß ich weiß ich habe ja auch als dienstwagen ich habe ich habe ich habe zwei videos gesehen zum thema elektroauto einmal habe ich gesehen wie jemand sein elektroauto an diese ladesäule mit dem kabel was da dran ist angesteckt hat zwei minuten später hat die ladesäule gebrannt kina das falsch gemacht warum auch immer aber hat da wohl zu viel strom genommen und heute habe ich gesehen wie ein kleines elektroauto neben der ladesäule ja das war auch angestöpsel plötzlich explodiert ist und gebrannt hat alter echt jetzt ja weiß da gab es schon mehrere vorfälle das ist so krass katz was machst du da unten puff ich frage für einen freund also katz hat was angenommen katz guck du mal ob du hier was findest hier noch von von hoppegarten weg mache ich muss jetzt gerade mal hier per mein telefon schauen patrice guck du auch mal vielleicht haben wir noch was kleines was feines ich hab dann patrice muss muss schlöche verlegen der muss also jetzt immer ganz schön zweideutig unterwegs so ne wieso der hat doch vier schlöche geladen wenn zweideutig spricht dann doppelt spaß ne das ist das schönste hier das gefällt mir also von hoppegarten habe ich nichts aber ich hätte was von vogelsdorf nach zittau ich hätte was schönes von hoppegarten nach hauningsöl aber das schaffen wir nicht hauningsöl ohne mich stehen wir da für 50 minuten was ist das andere was hast du gesagt jetzt hier wo hast du fracht von äh von vogelsdorf aber nach zittau vogelsdorf wo ist ein vogelsdorf hier nebenan gleich vogelsdorf ist hier ach ja ja der vogelsdorf und wohin nach was hast du gesagt nach äh zittau wohertilp wären 278 km wo man das schaffen na komm log ein komm komm wir geben gas fahr du vor und wir rumpeln nach mal gucken was bevor die chefin kommt 22 uhr das schaffen wir eh nicht aber wir geben unser bestes m concluded rollo möhre Meine Hupe ist die beste Da fährt er sogar auf der linken Spur Ich weiß auch nicht, was Emma dabei gemacht hat Vogelsdorf Wahrscheinlich gibt es bei mir in der Firma auch kein MAN LKW mehr Die Zeiten sind wahrscheinlich auch wieder vorbei Mein Chef, der ist nicht so hier mit dem aktuellen DGX hier Der findet den nicht so schön, der mag den nicht so Das ist richtig, wahrscheinlich will er jetzt auf eine andere Marke rüber gehen Ich weiß nicht auf welche, ich hoffe nicht auf DAF Iveco Da gab es einen Beitrag, ich habe ihn nicht gelesen, weil ich keine Zeit hatte Aber ich habe gesehen, dass tatsächlich Ford F-Max ganz schön im Kommen ist Also viele Speditionen tun da kräftig investieren Und was ich gehört habe ist, die Iveco will mit Ford F-Max da eine Zusammenarbeit machen Oh yeses, das kann was werden Oh yeses Ja Von Ford bin ich vor kurzem, beziehungsweise meine Eule ist vor kurzem von Ford abgesprungen So, Diesel Kurzstrecken gefahren So, weißt du Bescheid Das kommt nicht gut Das kommt nicht gut, so sieht es aus Endverblät So, der Rußpartikelfilter ist kaputt gegangen So und jetzt hat sie sich ein neues Auto geholt, Suzuki Ignis Ich weiß nicht, ob ihr den kennt Ja Ja Ein Ignaz, ich sage immer Ignaz dazu Seht ihr auch an meinem Discord-Profilbild, das ist nämlich das Auto Und Alrad, mit dem ist er auch super zufrieden Und hat die nicht mehr Platz für die Runde, wie in dem Ford Das ist schon auf jeden Fall eine tolle Sache Verschiedbare Rückbank auch Ja Und da hast du enorm Platz Also Er mag nicht der schönste sein, aber Kommt auf den Auf den Nutzwert halt drauf an Also die ganzen Asiaten und so, die ganzen Kisten Die schneiden richtig gut ab, ne? Ja, das ist richtig Das darf man nicht vergessen, die sind da ganz schön auf Zack Ich habe mal Und Hybrid-Motor hat der auch drin Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir vor zwei Jahren Neues gekauft Und ich habe ewig rum, ob ich dann deutsche Marke oder was ich fahre Und dann bin ich ganz viele Probe gefahren Und ich bin jetzt bei einem Peugeot hängen geblieben Mit einem 9308er Und das ist eine geile Karre, absolut Nö Das stimmt Okay Ich habe viel Negatives von Peugeot gehört, also Ich kann bis jetzt nicht sagen, echt Ich habe keinen einzigen negativen Punkt gesetzt Ich hatte damals aber schon X-Jahr eher den Peugeot 206 Aber CC ist Cabrio War aber ziemlich schlecht Weil die hatten hinten, in der Hinterachse hatten die irgendwelche Der hat nämlich kein Federbein Sondern irgendwelche so Gummilager Und wenn die im Arsch sind, dann musst du theoretisch die ganze Achse wechseln Und bei mir war das dann der Fall Dann habe ich gesagt, weißt du was, nimm die Bude Zünd sie an, ist mir Rille, ich will sie nicht mehr sehen Ich habe sie dann einfach gefällt, scheißegal, gib mir 100 Euro und weg Ja, ich habe das, ne, ne War, das geht mir gar nicht Aber das war damals anscheinend tierischer Fehler von Oder weiß ich nicht, das gibt es jetzt nicht mehr in der Form Und ja Ich glaube wir sind Katze, let's go Also deutsche Marken sind teuer, wie Standard Fox schreibt Das ist richtig, also da musst du richtig blechen Liegt aber halt einfach an den Lohnkosten Und Metallkosten Da spreche ich aus Erfahrung Energiekosten Gerade du fährst du mit dir das hast du gesagt, ne Du bist du, was warst du Neu gekauft Neu gekauft auch noch Ganz neuen EQS, Mercedes EQS Ein brandneuer Oh, das ist die Elektrohobel, ne Ja, exakt Das ist quasi die S-Klasse als Elektro Genau, richtig Und Ja, also Ich bin mit dem eigentlich super zufrieden Also kann man echt nichts sagen Auch Mercedes Werkstatt bei mir um die Ecke Lebst du in der Stadt oder am Land? Ja, das ist so Stadtteil Ach so, Stadtteil Ja, wegen, ich wollte deswegen Worauf ich hinaus will Ist Ladeinfrastruktur, wie es dabei aussieht Ja, ja Okay, Patrick, überredet Das ist bei mir alles wunderbar Ich wollte die jetzt nicht nötige Also gut, wenn ich mal irgendwo hinfahre Ikea Ladesäulen gibt es immer Ja, das stimmt Ja, das ist bei mir ganz in der Nähe Ja, das geht dann ja Und ja, am Haus ist auch eine Habe ich extra bauen lassen Für ein paar viele Ocken Ja, das ist richtig Aber ich glaube, da war es hier für diese Wallboxen Wenn jemand hier so Na, Solar auf dem Dächlein hat Dann kann man sich sowas schon Baus hinstellen Macht auch Sinn Und dann Genau, meine ist ja auch Von Mercedes Direct Und da habe ich hier auch Die Mercedes Mi App Auf dem Telefon Und da kann ich dann immer sehen Wie voll das Auto gerade ist Wenn ich es angeschlossen habe Es ist schon eine geile Technik Da brauchen wir nicht reden Also es gibt schon richtig geile Kissen Im Fall, ja Also da gibt es nichts Sonst rütteln Und ich glaube, da nimmt sich die Also viele Automarken Nehmen sich da nicht Nicht mehr viel Das ist wirklich Oftmals noch das Design Also ein bisschen noch Aber dann Das stimmt, ja Ich habe mal 90 reingeloggt Aber ich muss erst mal drin kommen Ja, ich auch Auf der Bahn Ja, auf der Bahn In der Richtung Hier, Vogelbums Wo waren wir mal hin? Meisheim auf der Bahn Sittau, genau, noch Sittau Oder sind wir noch 260 Kilometer Ja, dann ist bei uns jetzt Jede Rote Ampel quasi grün Ich habe schon verstanden Bei mir war jetzt alles grün Bei mir auch Bei mir war alles grün Ich habe es Ja, wir war grüne Welle Grüne Welle war das jetzt, ne? Sieht's aus Das 50er Schild Wurde vor allem mal zu 90 Voll Also aktuelle Ankunftszeit Laut Racki ist momentan 22 Uhr 8 Uhuhuhu Dann noch Entladen Dann gucken wir mal Noch habe ich grünes Licht hier Noch ist die Chefin nicht da Steckt meine Fahrerkarte noch Ja, das ist bei mir genauso Weil die musste mich morgen noch mal arbeiten Bevor wir im Urlaub fahren Es war nur bis halb Halb elf Oder um elf Irgendwas Aber ja Kommt der Eule und sagt hier Heilschnepp Heilschnepp Ja, ich habe gesagt Heute penne ich auf der Couch Weil ich habe letzte Nacht anscheinend Zu stark Und zu laut geschnarrt Ja, ja, ja Aber das Gute ist Weil sie sagt so Ja, wie machen wir das Wohnmobil? Ich penne ja ganz vorne Und sie pennt ganz hinten Das haben wir schon so gut gelöst Also sie hört mich nicht mehr Ist schon mal gut gelöst jetzt Aber trotzdem, ne? Immerhin, ne? Ja, ja Passt auch Ich werde mich jetzt noch auf die Couch pflanzen Und da werde ich noch ein bisschen Mal gucken, was im Funkgerät läuft Im Funkfernsehgerät läuft Mal gucken Wahrscheinlich nur schmarrern die Zeit Ja Auf den Max kommt Asphalt, glaube ich Ja, nur alte Folgen, oder was? Das ist doch Bockwurscht Batsch, neue Folgen Läuft heute Was für den? Nein, ich habe gesehen Brandneue Folgen Achso Noch immer eine alt wird Und eine neue kommt Und auch immer Oder andersrum Ja, stimmt, genau Alter, Marco Was hast denn du von Schlenker gemacht? Ja, ich wollte Hast du den Polizeiwagen nicht gesehen? Ja, wo der Deutschland spielt Achso, achso Ja, okay Ja, ja Ich wollte nur mal gucken Aber die haben keine Angst gehabt, die Jungs Volles Verständnis Gas, 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 Gas Hoch den Berg Also es wirkt, wirkt Also wenn wir jetzt hier so mal so ein bisschen fahren Es wirkt ein bisschen gestresst, was wir gerade hier so machen Zumindest habe ich so das Gefühl Aber es ist trotzdem unterhaltsam Ich finde es trotzdem lustig Ja, jedenfalls Natürlich Es ist immer schön hier Ja Es ist immer wunderbar Wunderbar Da sehen sie Oh, ich sage ja Da können wir nichts sagen, ey Fahren wir noch hin Oh, jetzt kommt wieder die Baustelle, ey Dann fahren wir in der Fahrt Ist jetzt wieder die Baustelle, oder? Die von vorher Ja Ach du Scheiße, mit der Scheiße LKW-Überholverbot Ich sehe schon Was machst du jetzt, Katze? Da kommst du noch nie vorbei Ich wollte gerade sagen, da kommst du nicht Da kommst du nicht vorbei Oh, das ist so eng hier Oh, das Auto hier Der Golf bremst schon hier Da kommst du wirklich dran vorbei Das ist wirklich saueng hier Ja, aber wirklich Und die gelben Streifen, die brauchst du nicht vertrauen Die sind voll am Arsch hier Die sind voll schief geklebt, ey Ja, Praktikant am Steuer Das wird teuer, sage ich nur Ja Oh Ja, schön Voll dicht gezwiebelt Ja, 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 ja Kannst du mal sehen, ne? Vielen Dank Verständnis stand Oh, nein Ich dachte immer, das machen immer nur die Polen oder die Osteuropäer den Baustell überholen Ja, 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 kannst du mal sehen Bei dem Nordicago geht das genauso Den geht's auch, so wollte ich gerade sagen, ja Das geht Das geht Ah, schon eine enge Baustelle, aber das finde ich geil, ich mag sowas Augen zu und durch Richtig So sieht's aus Wir fahren nach Gehör Wenn's kracht, gibt's immer noch vier Meter Platz Genau, richtig Oh, sieht's aus Genau, so sieht's aus Komm, wir haben jetzt einige Minuten drüber Sieht doch gut aus hier Mit gutem Brennen Jetzt wird aber nochmal enge Kurve Da brennen wir jetzt nicht so gut Ne, oh, ja, der brennt dann hier hoch, ey Oh, ha, 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 ha Jetzt hängst du wieder drin beim Beschleunigen hier, ne? Komm, du brauchen wir Luft aus dem Ausbüff Oder irgendwann eine Katze Jalla, jalla, jalla Wir haben noch 120 Kilometer Also haben wir die Hälfte schon wieder Oh, ich hab auch mal geschaut 18. April ist wahrscheinlich hier Truckers MP auch bei mir wieder angesagt Dann anständig fahren, wa? Da ist der Bann vorbei, ja Ja, gut, sag das mal, sag das mal mir Ich fahr eigentlich immer anständig Das war, das war halt nur so ein Ausrutscher bei mir, ne? Aber Duisburg-Calais fahr ich halt jedes Mal Und da passiert halt Da kann dir alles passieren, sagen wir's mal so Ja, das stimmt schon Also ich guck immer auch, wenn ich Duisburg-Calais fahr, immer Langsam fahren, nicht zu schnell Wenn jemand überholt, dann lass ich ihn überholen Bremsung ein bisschen noch ab Dass der schnell an mir vorbei ist Dass er mich auf den Sack geht Und dann geht er schon Dann kann man schon mal fahren da runter Das ist halt immer mit Stress Ich wollte ja mal so ein Puls-Messgerät hier mal dran kleben Und dann mal gucken, was Phase ist Das fliegt über Das fliegt über Das ist ein Puls von 180 Gerade so Freitagabend, Samstagabend ist das schon, ne? Ja, Sonntagabend, da brauchst du gar nicht zu fahren Da stehst du in Duisburg noch Dann hat er einen Dauer-Warn-Ton, der noch fehlt Ja, ja Wir bräuchten noch so ein Mod oben für das Gab es auch mal, ne? So ein Mod für das Radio oder für den CB-Funk Achtung, Gefahrenstelle Gab es mal einen Mod dafür, tatsächlich, ne? Das hat auch schon wieder x x Jahre, müsste man fast mittlerweile schon sagen Das gibt es ja, aber es gab tatsächlich einen Mod dafür Er hat alle paar Sekunden oder alle paar Minuten Aber es kam diese Tonansage Okay, sagt mir jetzt nichts Gab es tatsächlich, ja Hatte ich mal vorgestellt Ich habe ja, wäre so irgendwas mit 1,20 Irgendwie so, also schon Ach du Scheiße Aber es war bloß Aber es war bloß eine MP3-Datei Also die müsste nach So was geht nach wie vor Also da muss ich nichts denken Ich müsste mal gucken, ob ich das noch mal finde Aber Frage ist halt, ob man da Bock drauf hat Wenn er permanent hat Die Olle Zimt Das ist ja das andere natürlich, ne? Wenn du die ganze Zeit so ein Geschwafel kommt Ja, das ist bei meinem Auto auch so Da, wenn du zum Beispiel 5 oder 3 kmh zu schnell fährst Macht er auch so ein Piepton Bum, bim Will ich was lusten? Und das sollte quasi darstellen, dass du zu schnell fährst Ja So 1, 2 kmh Bei 1, 2 kmh ist ganz empfindlich Das war das erste, was ich bei diesem Fahrzeug ausgestellt habe Das allererste Es gibt viele so Sachen, die man gerne ausschaltet Auf jeden Fall, ja So, jetzt sind wir gleich da In Sittau Was gibt's in Sittau Schönes? Wo? Weiß man nicht, oder? Gibt's auch was Schönes? 2 kmh war da noch nie Ich komm nicht aus der Gegend Was weiß ich Meine 40 km Rollen wir mal in Blügel Bist du nicht irgendwo aus der Gegend? Hier, ne? Ne Ach, nicht, auch Schäbnet Ich bin aus der Stadt mit 3 O Das ist von mir auch ganz andere Ecke Marco von uns auch Das ist für uns das Entwicklungsland Da rüsselt wieder einer am Ohrfeigenbaum Aber das Wie schnell fährst du, Marco, Alter? Ich komm ja gar nicht hinterher 90 Ich bin bei 100 Alter Katze sich auch schon über Der gibt Gas da hinten Wahnsinn, ey Ich hab 90 eingeladen Ich bin bei 100 jetzt hier Ihr darf mal 80 fahren Der Patrick und ich Wir brennen die ganze Zeit mit 90 Also Hackengas Aber Kommen euch nur an der Kreuzung an Hinterher So, jetzt sind wir eh schon hier Jetzt gucken wir mal Alles fad Mal gucken, wo wir jetzt hier sind Ich glaub, hier hab ich auch noch nicht Entladen oder so Also das wird jetzt auch wieder Ganz was Feines Aber jetzt sieht man Jetzt haben wir es ganz schön laufen lassen Ich wollte sagen, jetzt haben wir es ganz schön laufen lassen Wie, laufen lassen? Wie, was? Ja, jetzt haben wir ganz schön Gas geben Das war jetzt Priu, dass wir das jetzt noch abladen können Das klappt Deutschland, Polen, Tschechien Danke für die Info Reichsstadt im Lankerskuhlitz Äh, okay Äußersten Südosten So, was haben wir jetzt hier Ach, ich muss hier raus Hier raus Dann da rein Oh, hier, da ist eine Kurve hier Oh, ha, ha Alter Oh, ne So, jetzt kommen wir mal wieder rein müssen Da vorne Oh, je Hier rechts doch, oder nicht? Ach, ne, noch ein, zwei Ja, weiter Kreuzung rechts Und dann gleich wieder rechts Ach, du scheiße Aber du musst jetzt mal einen fetten Wendler machen hier Oh, ist doch wieder so eng alles hier, ey Oh, und Da steht ein Haufen Gemüse, ey In ihr schon alle, oh je, schreit Ja, weil ihr schon wieder Oh, yes Weil hier schon wieder ein Haufen Schmodder rumsteht hier Da steht eine Wego Da steht irgendwo, man hat es wurscht Da winkt wie ein Ochse Ach, du scheiße Da, wie soll ich denn da wieder hinkommen, ey Warte mal Kannst du, wo musst du hin? Äh, ich muss An der Rampe Nummer Die keine Nummer hat Äh, die vierte von links Die vierte von links Ah, ja, gut Dann kann ich Dann kann ich hinterfahren Scheiße Dann kann ich ja gar nicht hinter, oder? Geht das hier? Na, guck mal, ob ich den kriege Ja, doch Das geht Das geht Das geht Nicht Scheiße Fuck Kann ich da hinten rumfahren? Ja, nee, ne? Kann man da rumfahren? Doch, doch, kannst du Oh, gut, danke Ja, kommst hier vorne wieder rum Ja, gut Das ist schon mal was Ich dachte, ich kann da einen Wendler machen Aber nicht geht Aber hier geht's Hier könnte ich den Wendler machen Das geht Das geht Das geht Das ist er jetzt hier Das müsste funktionieren hier Ja, weil das geht Ja, da ist Platz Das geht Aufliegerschaden War schon so Ach, da musst du rein Ach so, von links Ach so, da hat er gesagt Schön Ich muss auch dazwischen irgendwo rein Ich muss fünfte von rechts muss ich fahren Ich kann aber wirklich nur von der Seite Von an und da brauche ich Jahre Öli, moin Das kriege ich nicht gebacken Das ist zu Ich probiere jetzt erst mal mein Glück hier Fünfte von rechts Aber ich weiß noch Äh Aus der Gegend kommt es dir doch Was ist der Öli kommt aus der Gegend Wirst du bescheid? Aber Katze, ich weiß noch ganz genau Wo du vor ein paar Monaten gesagt hast Ja, kann ich nicht Und wo Das erste Mal Öli Jetzt wartet mal Ich hab auch echt bei 0 angefangen Wenn die 1,50 draußen ist Wenn die 1,50 draußen ist Alter, die RPM Map Haltet euch fest, meine Damen, meine Herren Ha Ja, stimmt Du weißt doch hier schon wieder alles Na, alles nicht Aber ein bisschen weiß ich schon Aber da könnt ihr euch mal festhalten Da bist doch was fahres ist So, mach ich mal Platz hier Guck mal, ob hier draußen irgendwo fett Ach so, das gibt's auch Ja, ich guck schon mal ab Wenn wir uns ja auch gewünscht denn können Ey, Patrice, was war denn das jetzt hier? Du hast doch hier geschummelt, oder? Das sind alles hier Was du immer alles meinst und siehst Ach, guck, wer da steht Da Uncle Hans mit dem langen Anorak Ich auch Zeit hab Ja, wie geil Seit wann hast du denn hier die Rollen drauf? Patrice Seit der Werkstatt in Wo war man? Löbau Nö, wo war man? Was ist da? Das sind Plastisch-Schläuche Plastisch-Schläuche Ja, oder Plastisch-Schläuche Oder Plastisch-Schläuche Schläuche Ich steh nicht auf Schläuche Reicht auch von dieser Schläuche sind nie gut Wir können uns höchstens ja direkt links daneben auf diese Wiese stellen Ja, wenn der Platz ist Ja, ich komm wieder quer Vielleicht spaß Wenn Platz ist, dann geht es Scheiße, Кто schade In der Britannik stellen Hier ist keine Kollision, habe ich gerade gesehen Nee, hier ist keine Kollision Ich muss hier noch Die Kante, bin durchrubblicke drinnen mehr einmal muss ich noch ich war noch schnell aber wir werden immer besser kein scheiß dürft wir hier schon gefahren sind immer da bei der wechselbrücke uns können sie wirklich bald stellen hier wenn wir könnten eigentlich eine richtige späne zu machen oder so ein führerschein kriegen wir irgendwo in polen oder eine fahrerkarte irgendjemand kennt doch jemanden der jemand kennt ja genau der für ein freund fragt der für ein freund fragt aber irgendwo eine fahrerkarte er kriegt und ein führerschein und eintrag hier in führerscheinregister ich kann ja morgen meine proprache lieferanten fragen ihr fragt mal wo wo man sein denn wo du wollte gerade auf dem platz steht bei der firma doch wir eigentlich auch noch auf dem platz oder wollen wir da ja gewisse stehen bleiben ja da auf dem platz stehen auch bei mir über älger ist worden ja guck guck mal hier ist doch lasst uns doch hier auf die hier auf die wiese stellen hier hinten auf den ackel vollem gemüse hier da ist der platz mega platz steht der scheiße jetzt wenn ich jetzt die schiefe scheiße mit der scheiße da hinten gut los ja so eine scheiße jetzt häng ich also mit der scheiße hallo hallo hier bleibt man stehen so die scheiß wo die rein zwiebeln die kunstschläuche ich kenne ein paar damen die haben auch silikonschläuche aber das ist wieder was anderes war noch einer drauf angesprochen es geht jetzt schon wieder los hier solche habe ich habe ich bei man ich komme hier so schief und ich habe hier keinen platz hier dieser scheiß bude hier also die längsten und dickste schlöcher habe sowieso ich da gebraucht euch hier noch nicht mal anstrengen viele b- und c-schläuche wie du auf dem autohausch wahrscheinlich da können wir dich mit nein es geht doch schon wieder los was sagen wir A-schläuche habe ich auch da hat der wolf recht aber die schläuche haben wir nur für luft heißer schnaufen rolle wird was kennt mich doch hier sich wie mich kennt wird schon klappt außerdem geht es auch um den Uffli schon nicht hat geklappt was ist das ist das was ist das was ist das was war nicht um 4 noch 10 die Zeit sind vorbei und sonst sensiert haben wir ja wir haben ja nicht irgendwas bestimmtes gesprochen drei deutlich gesprochen genau das plastische schläuche alle schläuche da sind sie nein das soll ich jetzt noch mal über sein fahrt den macke ich bin froh dass ich fertig bin das noch mal die komforte auf die hauptstraße und dann ja ich habe ja ich habe es gerade gesehen dass hier die bombes hier gefahren ist doch noch mal rückwärts fahren nee das sparen wir uns dann immer am ende alles klar danke noch viel zwanzig mag werden dann umgeguckt und gemudelt dann für für das team karte dankeschön und gute nacht schafft passen hier wegen den bärm hier apfelbärm äppelbärm aber so trotzdem noch mal kurz fange so du bleibst stehen kamerad schnüschel muss noch mal rückwärts rein können sie auch mal wie hier rasen wie ne was ist ungefähr jetzt fertig 2468 tatsächlich ich habe ich glaube wir haben es geschafft meine damen und herren mit viertel stunde fahrzeit überschreitung haben es geschafft respekt an alle fahrer hier heute auf der europa hat wieder geklappt ich glaube wir werden immer besser und hat spaß gemacht daher bedanke ich mich recht herzlich bei alle die heute mitgefahren sind respekt genau so muss man das machen respekt halt stopp das alles so wie es ist so dann bedanke ich mich noch mal zu hause haben im fangspalz bis dabei sein dankeschön ich bin wie schon gesagt die paar tage im urlaub ich habe ein bisschen was vorbereitet für die kommenden tage urlaub dankeschön danke ich werde berichten zurück selbstverständlich ohne frau im schwarzwald auslassen ich spreche aus erfahrung bin ich ja baumfest mal gucken nee quatsch aber ich bin dann am sonntag sind wir dann wieder da und dann oder samstag abend gucken aber sonntag machen wir dann wieder leistet dann hier denkt dran an das oster special da gibt es dann fleißig steam guttein karten zu gewinnen denkt dran alles für die community und in diesem sinn ich wünsche euch was gute woche noch und und eier in diesem